Erlebniswelt Bauernhof, das ist Landwirtschaft zum Anfassen. Die Leistungsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft wurde eindrucksvoll aufgezeigt. Auf Österreichs größtem Erlebnisbauernhof findet die ganze Familie jede Menge Dinge zum Ausprobieren, Entdecken und Kosten. Mit Unterstützung von Bundesministerium für ein lebenswertes Österreich, des Landes Oberösterreich sowie der Bundesländer- und der Landwirtschaftskammer Oberösterreich wurde ein Ort geschaffen, an dem Bauernhof-Atmosphäre erlebbar gemacht wird. Dies ist die beste Werbung für die heimische Landwirtschaft. Für die Bevölkerung, glaube ich, ist es wichtig, auch zu sehen und zu lernen, dass Landwirtschaft ein sehr modernes Unternehmen ist heutzutage. Nämlich ein bisschen weg auch von dieser Romantik, des romantischen Bildes, das wir haben. Das ist schon gut auch, die Verwurzelung mit der Heimat, aber dass das Unternehmen Bauernhof, was sehr modernes heute ist, diese Innovation, die da auch drinnen steckt, das ist, glaube ich, sehr wichtig und das wird hier in hervorragender Weise gezeigt. Die verschiedensten Stationen für Kids luden ein zum Mitmachen. Unter dem Motto Tiere am Bauernhof konnte man Butter shaken oder Melken erlernen. Es wurde Schweinemüsli gemischt, unverfüttert oder Schafwolle gefilzt. Bei den Pferden konnte die Hü-Hot-Matura abgelegt werden und bei der Station Ei 1, 2 oder 3, aus welcher Haltungsform kommt mein Ei, wurde fleißig geraten. Acker und Wiese, ein Themenbereich, der Getreideunterscheiden lehren sollte, der aufzeigte, dass Landwirte moderne Unternehmer für Acker und Wiese sind und man konnte sich an der Wasserbar beraten lassen und Bodentiere entdecken. Auch das Leben am Land wurde genau beleuchtet. Hineinschnuppern in die Schule am Bauernhof, dazu die regionale Schultüte verkosten, machte den Kindern unheimlich Spaß. Nach absolvierter Station bekam man einen Stempel in den Bauernhofpass und gegen Ende war man schon beinahe fit für die Landwirtschaft. Die Seminarbäuerinnen erklärten, wie kostbar unsere Lebensmittel sind und machten Lust auf gesunde Ernährung. Das Obst und Gemüse durch Power schlauer machen, wurde den Besuchern durch Saftpressen und dem Verkosten heimischer Raritäten bewusst gemacht. Auch der Wald wurde zum Erlebnisort für groß und klein. Der Barfußweg oder das Sinnestheater machten Lust auf Natur. Der Kreislauf vom Korn bis zum Endprodukt wurde anschaulich dargestellt. Welche Bedeutung hat die Messe Wels und das ist unser zentrales Element. Es ist eindeutig ein Schaufenster der Wirtschaft, aber vor allem auch der Landwirtschaft in Oberösterreich. Daher brauchen wir diesen Standort und erstmalig zeigen wir durch den Mut der Messe Wels, was Landwirtschaft im 21. Jahrhundert bedeutet. Nicht für die Landwirtschaft, sondern vor allem für die Oberösterreicherinnen und darüber hinaus. Denn wir möchten zeigen, dass das Fundament einer geordneten Entwicklung eindeutig gesicherte Ernährung auf hohem Niveau ist. Und hier zeigen wir auch, dass sich eine ökologische Bilanz mit einer ökonomischen Leistungsfähigkeit sehr gut darstellen lässt und die Menschen damit Freude haben können, was wir in Oberösterreich produzieren. An den zahlreichen Ständen des Genusslandes Oberösterreich konnte man regionale heimische Schmankerl genießen. Auch zahlreiche Lebendtiere waren zum Bestaunen und Begreifen da und begeisterten nicht nur die kleinen Besucher. Durch die informative und realitätsnahe Präsentation der Landwirtschaft mit mehr als 100 Bäuerinnen und Bauern im Einsatz vor Ort, wurde ein reeller Einblick in die gelebte heimische Landwirtschaft geboten. Das ist besonders wichtig für uns Bäuerinnen und Bauern, weil gerade unsere Konsumenten, glaube ich, sollen zeigen, wie heute Landwirtschaft betrieben wird und wie tatsächlich unsere Lebensmittel produziert werden. Von der Werbung her wird sehr oft ein falsches Bild transportiert und hier auf diesem Erlebnisbauernhof können sich die Konsumenten, können sich tatsächlich auch viele Leute überzeugen, wie es in der Landwirtschaft heute wie gearbeitet wird, wie in der Landwirtschaft produziert wird, wie die Tiere auch gehalten werden. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, vor allem auch als Interessensvertreter. Echte Landmaschinen, echte Tiere, echte Produkte. Die Erlebniswelt Bauernhof entwickelte sich zum absoluten Besuchermagnet der neuen Herbstmesse.